So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei der C-Quest und ich glaube... Ne, das ist nicht die letzte Folge, das Spiel lässt mich doch nicht in Ruhe. Was, was denke ich mir eigentlich? Ähm, Gott, hier geht's ja immer weiter und immer weiter und immer weiter. Himmel. Also es ist ein kurzes Spiel, was nicht kurz ist, das kann ich schon mal so... Festhalten. Sind wir jetzt zu weit gegangen? Bin ich jetzt zu weit gegangen? Die Fragen des Lebens. So. Hier sind nochmal Münzen. Hier sind auch nochmal Münzen. Ich frage mich, was wir mit den Münzen anstellen sollen. Hm. Ich glaube, es wird sich noch heraus... WTF? Wo kommt das denn hier? Das war überraschend. So, ich geh jetzt immer da oben lang, weil eigentlich müssen wir ja unten lang, aber eigentlich auch oben und eigentlich überall. Verstehst du? So, jetzt haben wir das auch. Wie das heißt... Wir gehen nach unten. In hier rüber. Hier ist der Checkpoint aktiviert, genau. Und dann gehen wir mal hier unten weiter. Hm, ah ja. Und hier. Open. 200 Coins. Wir haben noch irgendwo Coins vergessen. Und ich weiß, glaube ich, genau wo. Und es kotzt mich jetzt schon an. Es ist... Es kotzt mich jetzt schon an, es nur zu wissen, wo. Also, zumindest glaube ich, wo es ist. Äh, dass ich weiß, wo es ist. Ich weiß es natürlich nicht ganz genau. Ich glaube, zu wissen, wo es ist. Übrigens, ist die Musik hier irgendwie cool? Schmarkti. Schfeierdi. Ähm. Wo soll hier... Wo sollen hier die Cut Coins versteckt sein? Ganz ehrlich. Jetzt mal ohne Witz. Aber wir haben 196. Uns fehlen wirklich nur... Die paar... Die paar da. Das hätte klappen können. Himmel. Lass mich da hoch. Mach mich nicht aggressiv. Muss ich da... Ah. Himmel. Gott. Im Himmel. Ich finde hier keine Coins mehr. So, by the way. Ich habe null Plan. Ich habe null Plan. Hier oben ist auch nichts. So da. Wer will schon so da, Alter? Ah, hier oben habe ich auch alles. Nee, habe ich nicht. Okay, wir müssen hier erstmal zurück. Oh Gott! Ich sehe ja schon. Das macht Spaß auf jeden Fall. Erstmal den Checkpoint hier. Dann hier runter, dann hier zurück. Ach, so eine perfekte Scheiße. Hier geht es auch wieder runter. Okay, wir müssen hier rüber. Hier rüber. Hier geht es ja auch nicht lang. Ich will doch einfach nur zurück. Was war denn das? Weil da drüben habe ich noch Coins gesehen und die fehlen uns nämlich. Aha. So. Dazu bin ich ja noch ein wenig dezent müde. Aber naja. Was tut man nicht alles, ne? Weiß ich habe. Null Plan. Wie ich da hochkommen soll. Wie ich denn da letztes Mal hochgekommen? Pfft, so irgendwie. Ich war da doch schon mal oben. Hier unten ist auch Buys, oder? Ah, ich muss da hoch. Äh, ja. War ja ein super Plan. Ah, was geht's denn? Irgendwo muss ich doch noch die zwei Coins herbekommen. Das kann ja nicht wahr sein. Das war letztes Mal schon so, weißt du? Ne. Also hier auf jeden Fall nicht. Das ist ja hochmerkwürdig. Da kommst du nicht hoch. Da kannst du ja machen, was du willst. So kommt man hier also hoch. Aber hier war auch nur einer. Das war der doch, ne? Tja, die Frage ist, wo habe ich einen übersehen? Die Frage ist, wo habe ich die drei Stück hier übersehen? Muss, muss er irgendwo. Was stand da? Winterzone. Okay, da stand aber irgendein shit. A lot of good men were just installing the unnecessary spikes at the bottom of this pit. Ja, ist klar. Ich muss da doch irgendwie hochkommen. Alter, ich frage weit die hier das Gamepad, aber Alter! Das macht einen aggressiv. Das glaubt man gar nicht. Dass man da nicht hochkommt. Alter! Ganz im Ernst. Ich bin da vorhin hochgejumped, ne? Ach! Da muss man so ein krasses Timing haben. Ah, ich hab das einfach nicht. Doch, ich hab's. Nicht wieder runterfallen. Um Gottes Willen, ey. Um Gottes Willen. Wo sind diese drei scheiß Coins? Ich find die nicht. Das ist ja das Schlimme. Ich finde sie ja einfach nicht. wie geht's wieder in die normale Zone hinüber. Alter, 200 Coins, ne? Das ist doch beschissen. Und ein Checkpoint findst du auch nicht. Ja, kann ich mich ja gleich da umbringen, weißt du? Ne. Das nervt mich gerade. War richtig. Das fuckt einen ja richtig ab, wenn man hier nicht weiterkommt und in die Stacheln dauernd springt. Das fuckt einen noch mehr ab. Aber dieses Game kann einen noch abfacken. Das... Wirklich. Dieses Game kann einen hart abfacken. Ich hab ne Idee. Pass doch mal auf. Pass doch, pass doch mal auf. Pass doch, warte doch mal, Natürlich bin ich hier wieder falsch. Kommt das zu denen, ich hab vielleicht ne Idee, wo wir was ausgelassen her haben könnten. Tun, tun. Aber das Game, dieses Game kann einen wirklich, wirklich, wirklich hart abfacken, wenn man dann an so ner Stelle ist und einfach wegen drei Coins nicht weiterkommt. Das kann einen hart abfacken. Wir müssen irgendwo was übersehen haben oder so ähnlich. Ich weiß es nicht, anders kann ich es mir nicht erklären. Aber das ist nur das zweite Spiel. Also das erste, das eigentlich DLC-Quest, das fuckt einen nicht so hart ab. Kann ich jetzt einfach mal so sagen. so. Ich will ja nichts sagen, aber ne? Ist schon, wenn man nämlich und so weiter. Verstehste. Jetzt kann man nämlich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Gottes Willen, ey. Das war ja eine Aktion. Naja, dann machen wir halt noch eine Folge dran. Ist doch egal. weil ich glaube, ich mache hier mal Folgenende. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen beim Rumfailen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen und ciao.